Erstmals von unserer Seite herzliche Gratulation dem neuen Vizebürgermeister. Ich gehe davon aus, dass es der letzte Vizebürgermeister sein wird in dieser Periode. Gut Ding braucht Weile. Sehr geehrte Damen und Herren, ich und unsere Gemeinderatskollegen dürfen ja noch sehr geehrte Damen und Herren sagen, währenddessen mit einer Dienstanweisung vom 25. Oktober von Seiten der Magistratsdirektorin den Bediensteten der Stadt Innsbruck das untersagt wird, weil sich da das dritte Geschlecht vielleicht benachteiligt fühlen könnte, die dürfen nur noch Guten Tag sagen. Da hat praktisch die Grüne Wortpolizei, Sprachpolizei zugeschlagen, wobei ich sagen muss, ich hätte mir von der Magistratsdirektorin gewünscht, dass bei diesen mehrfachen Stadtrechtsbrüchen des Bürgermeisters sie genauso schnell in die Gänge gekommen wäre, wie in dieser Sache. Wahljahr 2024, das Superwahljahr, ich kann jetzt schon sagen und ankündigen, und da brauche ich kein Wahrsager sein, es wird nicht das Wahljahr 2024 sein, sondern es wird für die Grüne, Verbots-, Baumfäller- und Betonierfraktion das Abwahljahr 2024 sein. Und zwar das Abwahljahr auf Europaebene, das Abwahljahr auf Nationalratsebene und auch das Abwahljahr, und das betrifft uns und unsere Innsbruck am meisten bei der Gemeinderatswahl. Was hat der Bürgermeister die letzten sechs Jahre zusammengebracht? Mit drei Buchstaben gleich erklärt, SDS, aber das sei jetzt nicht die Musikgruppe aus der Steiermark, SDS ist die Abkürzung für Stadtrechtsbrüche, Trüberfahrpolitik und Stillstand. Was hat der Bürgermeister noch erreicht? Der Bürgermeister ist gelungen, die Stadtregierung zu sprengen. Also der Bürgermeister verdient eigentlich den Namen Sprengmeister, aber nicht nur die Stadtregierung, er hat ja auch seine eigene Fraktion gesprengt. Wo ein paar aufgestanden sind, ein paar schneidige, noch einmal Gratulation, der gesagt hat, wir halten es da nicht mehr aus. Diese Trüberfahrpolitik, die der Bürgermeister nicht nur in der Stadt an den Tag legt, sondern auch in der eigenen Fraktion, war für den nicht mehr auszuhalten. Und aus dem Grund haben sie den Notausstieg gewählt. Gratulation für so viel schneid. Der Bürgermeister hat aber andere Sachen noch gemacht. Er hat ja auch positive Sachen gemacht, allerdings nur für Einzelpersonen. Für seine Personalamtsleiterin, die er da so hoch dotiert hat, wo andere Leute Rahmen können, die 30 Jahre bei der Stadt sind, die weit drunter waren. Und um ihren Kopf zu retten, weil das dann auch rausgekommen ist, dass man den vielleicht absetzen könnte, was hat er gemacht? Völlig stadtrechtswidrig und auch von der Gemeindeaufsicht als stadtrechtswidrig oder Stadtrechtsbruch sozusagen festgestellt, hat er frisches Personalamt aufgelöst. Gott sei Dank ist aufgrund von Interventionen von uns und anderen wieder rückgängig gemacht worden. Aber solche Sachen hat der Herr Bürgermeister in diesen sechs Jahren zusammengebracht und sonst nichts. Jetzt haben wir aber ein bisschen einen Ausblick der Grün-Fraktion. Ich meine, da gab es ja noch stundenlang zum Erzählen, aber ich muss mich auch kurz fassen. Den Ausblick für die Grünen, der grünen Liste. Ich habe es euch einmal die grüne Liste angeschaut. Für die Zukunft. Die zukünftig in Innsbruck regieren soll und das Zepter in die Hand halten. Was haben wir da? Da haben wir einen Bürgermeister, der sechs Jahre nicht imstande war, diese Stadt zu führen. Da haben wir die Frau Becks aus zweiter Stelle, die eigentlich ihr Geld auch damit verdient, andere Gemeinderättskollegen zu klagen, anstatt anderer Tätigkeit nachzugehen. Ist so, de facto, ist ganz gleich. Und dann haben wir eine Klimaaktivistin an dritter Stelle, die am 19. Oktober 2019 die Brücke nach Höttingen hinüber blockiert hat für eineinhalb Stunden, um Rettung, Notarzt und Feuerwehr und Polizei nicht umgekommen zu lassen. Das ist der Ausblick der Grünen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich kann euch nur etwas sagen. Ich mache jetzt ein paar Gedenksekunden. Das sollten sich alle Innsbrucker zu Herzen nehmen. Wir brauchen wieder ein normales Innsbruck, wie wir es gekannt haben. Freiheit für Innsbruck und los von Grün. Dankeschön. Vielen Dank.